Kenntest du das? Du interessierst dich für spirituelle Themen, vielleicht hast du auch ein Problem, das du gerne lösen möchtest oder heilen möchtest damit und du stehst vor dem Bücherregal. Und da sind so viele Bücher, so viele Autoren, so viele Methoden und du weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst. Ich bin Sonja Gembus und ich war lange Zeit Lektorin und auch Moderatorin und ich habe sehr, 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 sehr viele Bücher gelesen. Ich habe auch viele Autoren kennengelernt, ich habe viele Kurse besucht, ich habe sogar Ausbildungen gemacht. Ich hatte nämlich nicht nur ein Problem, ich hatte sehr viele Probleme, die ich lösen wollte. Und das ist mir damit tatsächlich auch gelungen. Ich liebe es, in diese spirituelle Welt einzutauchen. Ich liebe es, meinen Blickwinkel zu weiten. Das ist so hilfreich, wenn man sich seine Probleme einfach und selbst selber lösen kann. Und genau das wünsche ich mir für dich. In meiner Online-Sendung Spirit Book Love gehe ich immer auf ein spezielles Thema ein, wie zum Beispiel Reinkarnation oder Seelenweg oder Geistheilung. Und ich stelle dir drei Bücher dazu vor, die entweder besonders gut für den Einstieg geeignet sind oder eine besonders wirksame Methode beinhalten oder die beim Lesen einfach schon total heilsam wirken. Lass dich von mir inspirieren und finde deinen Weg in die Spiritualität. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.